Immer hier bin, oder fast immer. Ja, Freunde, ich bin ja bekennender Comic-Fan. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass du nach Deutschland und speziell Bayern eine eigene Comic-Serie hat und dass Bayern noch einen eigenen Superhelden hat. Der hat ja gefehlt. Ihr kennt sie ja alle, Batman, Captain America, Superman, Green Lantern, Ant-Man und wie sie alle so heißen. Und nun ist es so weit, wir haben einen echten Superstar im Universum. Wir haben Ultimat-Man. Ultimat-Man zeichnet sich aus durch die besondere Fähigkeit, Ultimaten zu stellen und den Hals besonders weit aufzureißen und dann dank seines mega flexiblen Rückgrates einfach umzufallen und wieder vor der Gottkanzlerin zu kriechen. Richtig, Freunde, ich rede von unserem Ultimatum Hirscht aus Bayern. Er hat in der letzten Zeit derart viele sinnfreie und nicht ehrlich gemeinte Ultimaten an alle möglichen Leute gestellt, dass es einem wirklich schwindelig wurde. Erst an Merkel und die CDU, dann an die GroKo und jetzt auch an Italien. All seine Aktionen und Sprüche aber und seine Forderungen der letzten Monate waren nichts als das, was wir von ihm gewohnt sind, heiße Luft, denn wenn man genau hinschaut, hat er eigentlich nämlich gar nichts erreicht. Wir stehen nach der ganzen widerwärtigen Show und die Schwesterparteienkrise zwischen CDU und CSU wieder ganz am Anfang. Nichts, aber auch rein gar nichts wurde erreicht. Ich gebe den Garanten für den Untergang der SPD zwar ungern recht, aber in dem Fall haben Pöbelreale Stegner und Analos wirklich recht, wenn diese genau diesen Drehhofer Unsinn in den letzten Tagen als Peinlichkeit eines Bayern-Schwoblers abwatschen und sich damit brüsten, dass am Ende der Verhandlungen wieder genau das steht, was schon im unsäglichen GroKo-Vertrag stand. Und was da steht, wissen wir alle, es ist dort der Untergang Deutschlands und die Umfolgung besiegelt auf allerhöchster Ebene. Nun, Widerstand, 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 Widerstand! Es war zumindest eine in dem Fall gelungene Abwechslung. Es hat das Volk geschickt von den Problemen abgelenkt und einigen Boren doch wieder Hoffnung auf eine Wende in der selbstmörderischen und gesetzeswidrigen Asylpolitik gegeben. Nach dem Scheitern der Mannschaft, wie ist das eigentlich, das war ja früher mal eine deutsche Nationalmannschaft, dann Mannschaft, ist es beim Wegsmattern nur noch Schaft oder nur noch... Wir werden es sehen, es wird auf jeden Fall noch weniger. Auf jeden Fall nach dem Scheitern der Mannschaft, welches der Regierung ja nun so gar nicht passte, beendete es doch die gewünschte Brot und Spiele fürs Volktaktik der Eliten, musste eine andere Ablenkung her, alles fein abgesprochen, um die Zeit bis zu den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen zu überbrücken. Aber auch diese Ablenkung hat irgendwie nicht so richtig gefruchtet. Ging der Schuss doch sogar irgendwie nach hinten los. Die Menschen hatten nämlich dieses abgekorderte Spiel durch Schaut und dank der ohnehin völlig verloren gegangenen Glaubwürdigkeit des Bayern-Drehrundums glaubte einfach keiner mehr an den ganzen Zirkus. Die wenigen, die es für bare Münze genommen hatten, und jetzt kommt das eigentliche Problem, sind nun umso mehr aufmerksam und haben live und in Farbe, im TV und in der Lüge-Presseorgan miterleben können, wie eine teilweise sogar Merkel-Dämmerung begann. Das war überhaupt nicht geplant. Damit hatten auch die Mitch-Verschwörer unserer Führer-Diktatorin nicht gerechnet, hatte sie sich doch sogar auf bedingungslosen Gehorsam der Presstudioierten von Tagesspiegel bis Bild, von Süddeutscher Zeitung bis NDR verlassen. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Und so macht es den Anschein, als würde die Blutkanzlerin tatsächlich wackeln. Das ist natürlich Unsinn. Das Merkel sitzt fester im Sattel denn je. Der Zirkus ist vorbei und unsere oberste gewählte Lügnerin ist natürlich noch da. Und warum ich mich so weit aus dem Fenster lehne und Merkel eine perfide Lügnerin ist und ich mich traue, das so zu sagen? Nun, wer in den letzten Tagen internationale Medien verfolgt hat, muss meiner Meinung nach unweigerlich zustimmen, dass Merkel eine Lügnerin ist. Diese Frau hat behauptet, dass sie gemeinsame Lösungen mit den Wieschgrad-Staaten gefunden hat zum Thema Asyltourismuskrise. Es dauerte allerdings nur wenige Minuten bis Stunden bis zu den offiziellen Dementis zum Beispiel von Tschechien, Ungarn und so weiter. Welche klargestellt haben, dass es keine Einigung gibt und sie natürlich an ihrer Politik festhalten werden. An der Stelle, wenn es schon unsere Regierung nicht macht, von uns mal ein Riesendank an Viktor Obernd, der ganz klar gesagt hat, Frau Merkel, Sie müssten uns eigentlich dankbar sein. Wir zeigen Solidarität, was Sie verlangen, indem wir täglich mindestens 4000 Asylbetrüger zurückhalten an unseren Grenzen. Das ist Solidarität. Danke dafür nach Ungarn. Herr Obernd, falls Sie es irgendwie sehen, oder Ihren Mitarbeiter, vielen Dank.